Hallo, hier ist Ash von Ash5. Heute habe ich einen Karton bekommen von Mojang. Ne, nicht Mojang, sondern Microsoft oder... Die haben ja so ein Konzept mit Microsoft oder so, weiß ich nicht genau. Und zwar habe ich hier einmal Sachen von Minecraft bekommen, nämlich Katze. Katze, 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 Katze. Hier hießen... Warte, 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 warte. Hier habe ich einen Ocelot oder besser gesagt eine Katze. Katze, 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 Katze. Die gibt es auch bei Minecraft und dann habe ich hier noch einmal ein blaues Schaf. Blaues Schaf. Ich habe noch nie in Minecraft blaues Schaf gesehen, weil man kann die Wolle auch färben. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Hier ist nochmal das blaue Schaf. Und ich mache jetzt weiter mit dem hier. Lol, es ist einfach mal ein Lama. Darauf kann man sogar reiten. Es ist einfach mal ein Lama, cool. Und hier habe ich noch einmal eine Minecraft-Minifigur. Wieso ist der Mund einfach offen? Normal sind die zugemacht. Außer wenn man lang greift. Dann ist sie offen. Das ist ein Enderman. Hier ist einmal die Katze und das Schaf. Und der Enderman und das kleine Lama. So sieht es auf jeden Fall aus. Aber in Minecraft möchte ich am liebsten keinem Enderman begegnen. Und dann habe ich hier noch einmal eine Minecraft-Steve-Figur. Es gibt hier eine App anscheinend. Die heißt Comic-Marker. Dann kann man diesen Würfel, der drin ist, einscannen. Hier ist einmal Steve. Und das Gesicht kann man auch abnehmen. Und dann kann man das andere hier rausstecken. Jetzt ist Steve nicht mehr ängstlich, sondern er ist ganz normal. Und jetzt werde ich das einmal mit dem Würfel ausprobieren. Hier ist einmal noch ein Zettelchen. Da steht drauf, wie das geht. Comic-Maker runterladen. Wir haben jetzt einmal gefunden, die App. Diese App ist jetzt in deinem Land oder in deiner Region nicht verfügbar. Dann versuche ich es irgendwo anders nochmal. Aber da fehlt noch eine Sache in meinem Karton. Ein Minecraft-Set. Das ist das Piratenschiff. Das kann man auch selber bei Minecraft bauen. Das ist natürlich in einem anderen Video gekommen. Auf jeden Fall danke an Mojang oder Microsoft, dass ihr mir das geschenkt habt. Dann würde ich sagen, das war mein Video. Hier in der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Nächstens reicht es in zwei Warten, wie ihr es euch auch anschauen könnt. Und vergesst nicht, bei meinem Mördchen vorbeizuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ich kündige. Ciao. Wooo, yeah.